Prinzessin Kate zeigte sich nach der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung nun das zweite Mal der Öffentlichkeit und überraschte mit einer neuen Haarveränderung bei ihrem Auftritt in Wimbledon. Der Kampf gegen den Krebs und die unterstützende Chemotherapie haben der Dreifachmama viel Kraft gekostet. Dass sich die 42-Jährige bei ihren Auftritten dennoch mit voller Haarpracht zeigte, sorgte bei vielen für Verwunderung. Immerhin verlieren einige Krebspatienten durch die Bestrahlung ihrer Haare. Nicht so Prinzessin Kate und doch hat sich auf ihrem Kopf etwas verändert. Der Creative Stylist Michael Gray von der Marke John Frieda analysierte ihren Look für das britische Hello-Magazin. Gray bemerkte, dass ihre sonst dunklen Haare durch feine Babylights heller wirkten, was ihrem Hautton schmeichelte und ihr Haar lebendig aussehen ließ. Der Seitenscheitel, den sie dieses Mal trug, überraschte, da sie zuvor meist einen Mittelscheitel bevorzugte. Der Experte fand den neuen Look frisch und elegant, lobte das Volumen, das der Seitenscheitel erzeugte und bewunderte das tadellose Erscheinungsbild. Die kleinen Anpassungen an ihrem Styling, wie das Tragen der Haare hinter den Ohren, trugen zu einem insgesamt makellosen Auftritt bei.